Wenn ich jetzt nochmal rein mache Stürzt mein Nein Gut, aber es ist trotzdem Hm Ja, er ist nicht geeignet Es ruckelt zu stark So, es ist leid Ja, ok Der geht besser, also nehmen wir den So, das brauchen wir Wir brauchen Das da Wir brauchen Die beiden Und wir brauchen Die beiden Mining Laser Mining Laser habe ich noch gar nicht gebaut Gut Komm, ich möchte das letzte Stück noch haben Gib es mir Ja Perfekt So Einmal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und Der erste Und der zweite Perfekt So Weiter geht's Ähm, ja Genau, den Den Chasing da habe ich nicht rausgenommen Eins, zwei, drei, vier Zack So Was fehlte noch Reinforced Metal Reinforced Stone natürlich Eins, zwei, drei So Gut Die kommen nach unten Die beiden kommen in die Richtung Der kommt auch nach unten Und Wir haben unseren Pattern Storage Pattern Ich hoffe der verbraucht jetzt keine Energie Jetzt müssten wir einfach nur Eigentlich Sag jetzt nicht, dass ich die CDs genommen habe Mit denen ich das Iridium gescannt habe Wie doof kann man eigentlich sein Wie Wie Doof Ja Ich habe die CDs genommen Ich bin Captain Genius Auf jeden Fall So Wo ist mein Silikon Hier oben Zack, 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 zack Da Wie ging nochmal Crystal Memory Pulverest Obsidian Und Silikon Dioxid Gut Vier pulvered Obsidian Wow Und ich habe noch Obsidian Schön Wahrscheinlich zu wenig Hallo Wo War Da So Rein damit So Wie viel bekomme ich da raus Ich hoffe mehr Nein Eins Also Nochmal nach unten Boah 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 Okay Irgendwie funktioniert das mit den Shaders Das überhaupt nicht Ganz am Anfang hat das funktioniert Ich frage mich wieso das Nach einer Zeit nicht mehr geht So Her mit dir Jetzt funktioniert es auch nicht mehr Habe ich vielleicht Habe ich vielleicht Es ist irgendwie schade Sehr schade Oh Es ist Nacht So Na Mir Iridium holen Und zwar Iridium Ohr Das da Das kommt Da rein Da rein Ups Kommt wieder weg Receive Mode Und Und Gib mir das ganze Zeug So Silicone Hab ich Crystal Memory Raw Crystal Memory Empty Perfekt Perfekt So Scanning 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 Das Ding ist schon bei 9000 Das freut mich ja Dass das jetzt recht schnell geht Das ist falsch Scheiße Was ist denn Fuel 3000 Geht Was macht eigentlich mein Hallo Meine Flugkünste Flieg doch dahin wo ich hin will Endlich So der ist wieder bei 22 Stunden Keine Ahnung Ist wahrscheinlich ein Bug Watch and learning Ganz sicher Nicht bei dir mein Lieber So Das haben wir alles Dann Können unsere Utensilien Alle wieder zurück Hier kann wieder was rein Flint Flint bräuchten wir noch und zwar für unsere Pfeile für die Pistole Weg mit dem Flint Quicksand Quicksand könnte auch weg Jetzt holen wir uns noch was von unten Hier haben wir diesen Quarzdust Super Super schön Also Es gibt da schon einiges Von Das finde ich ja schön So Zack Gib mir die beiden Teile und arbeite schneller Nein Teile ich ein bisschen Ich möchte noch ein bisschen arbeiten hier während der Zeit Das war doof So Damit Hallo Ah Gut Schön Es Was Und Ab Nächster Stunde Seht ihr das ganze Wieder ohne Shader Es war jetzt wieder ein Versuch Der leider nicht Geklappt hat Tut mir leid Dafür Aber ich weiß Leider auch nicht So ganz Ah Ich weiß was ich Jetzt bauen kann Da ist jetzt Alles fertig Gleich ist Na Energy Loss Mach das Ding aus Und du bekommst Energy Oder vielleicht auch nicht Boah wie viel braucht Der Dafür Irgendwie Der braucht Eine Million Glaube ich Dafür Oder war das Eine Million Ich weiß es jetzt Nicht ganz genau Das ist Ja Schnell Das ist